Hallo meine lieben Zusehen und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Video auf dem Kanal, zu einem Marktupdate. Es ist der 26.07.2018 und wir schauen uns heute den Bitcoin und vor allem auch den IOTA-Chart etwas genauer an. Warum genau IOTA? Ich schaue mir heute oder wir schauen uns heute zusammen die Korrelation an zu den Allcoins, weil jetzt eben gerade im Moment dieses Thema ziemlich bräsent ist, ziemlich ein heiß diskutiertes Thema, ob die Allcoins am Sterben sind. Die Leute, die wirklich ausschließlich in Allcoins investiert sind, konnten diesen Run nicht mitnehmen. Wir haben beim Bitcoin jetzt einen Run gesehen von 40% mittlerweile knapp und die Allcoins sind teilweise weniger wert wie davor, wobei sie jetzt auch ein wenig aufholen. Auf alle Fälle haben die Allcoins den Run nicht mitgemacht. Woran das ungefähr liegen kann, was ich mir vorstellen könnte und ob es jetzt wirklich noch ein tieferes Tief geben wird für die Allcoins oder was ich eben bei den Allcoins jetzt konkret machen werde, das schauen wir uns jetzt eben konkret in diesem Video an. Wir sind jetzt hier auch am Bitcoin-Preischart, am Wochenchart und ihr seht, ich habe ein altes Layout wieder am Chart drin und das ist das Layout, das ich auch 2017 verwendet habe, auch Ende 2016 das erste Mal erstellt habe, weil ich einfach die hellen Farben nicht mehr sehen kann. Ich trade viel nach Price Action und ich wurde einfach immer verwirrter, je heller, je blinkender das Ganze war. Deswegen habe ich mir gedacht, back to the basics und wieder einen alten, schön aufgeräumpten Chart. Und wir sind jetzt hier direkt am Weekly-Chart und schauen uns jetzt eben die Lage an, die wir eben jetzt haben, von den höheren Timeframes bis zu den niedrigen Timeframes. Wir sind jetzt am Weekly-Chart und stehen jetzt konkret bei 8.250 Dollar. Wir haben hier sehr signifikante Resistenzzonen durchbrochen. Die sehen wir auch vor allem am Daily-Chart noch genauer. Hier am Weekly-Chart sehen wir vor allem diese Kerze hier, die wirklich hier extrem durchgesmashed ist, auch durch diesen Bereich hier schon. Aber wie gesagt, diese Resistenz sieht man am Daily-Chart etwas besser. Was jetzt hier am Weekly-Chart ziemlich bemerkenswert ist und auch ansprechbar in dem Fall. Und das Ganze sieht man jetzt hier nicht so gut, weil wir jetzt hier am BitMEX-Chart sind und der BitMEX-Chart jetzt eben nicht so weit zurückgeht von den Daten her, wie der Bitfinex oder auch der GDEX-Chart. Aber wir sind momentan konkret über der 50-Week EMA. Die 50-Week EMA dürfte im Bereich 7.500 bis 7.600 sein. Und das ist jetzt das Zeichen, worauf alle gerade auch langfristig tradenden und langfristig agierende Marktteilnehmer schauen, dass wir einen Close eben über dieser 50-Week EMA schaffen. Das ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Lage und auch der Punkt, wo wir dann eben bestimmen könnten, wie weit es jetzt noch nach oben geht und wie weit der nächste Runner aussieht. Momentan sieht es ziemlich positiv aus. Ich bin der Meinung, wenn wir über dieser 50-Week EMA Close und vor allem auch diesen Bereich hier halten, ich weiß, im Weekly-Chart ist da ziemlich wenig, aber ist jetzt konkret diese Zone also knapp von 7.200, wobei 7.200, 7.300 für mich schon aktiv wäre. Sagen wir, wenn wir den Bereich 7.700 halten, dann würde ich diesen Run nach oben für sehr möglich halten. Der nächste Stopp wäre dann 9.560. Aber wie gesagt, wir haben noch etliche Etappen dazwischen und auch etliche Resistance Lines gebrochen, die jetzt eben auch als Support halten müssen. Warum rede ich jetzt konkret vom Weekly-Chart? Ihr müsst euch das immer so vorstellen, je höher der Time-Frame, desto mehr Geld schaut auf den Time-Frame. Institutional Traders, also institutionelle Traders sozusagen, trainen im Vergleich zu Retail-Traders eher höhere Time-Frames. Das heißt, wir schauen konkret nur auf den Daily-Chart, Weekly-Chart und bei anderen Assets vielleicht sogar noch auf den Monats-Chart, je nachdem. Auf alle Fälle, Leute mit viel Geld, Institutionen, Institutional-Traders, die trainen nicht nach den 1-Stunden-Time-Frames, wo sie eben diese kurzfristigen Order-Blöcke sehen. Die sehen auf dem Weekly-Chart konkret, wo die Liquidität sein wird, wo viele Stops sein werden und damit sie auch versuchen, den Preis immerhin zu pushen, damit eben auch die Liquidität gefüllt wird. Was bei vielen eben vergessen wird, Institutional-Traders sind jetzt nicht nur Institutionen wie BlackRock oder Goldman Sachs, die wirklich Milliarden trainen oder im Land in die Hand nehmen. Also es gibt kleine Institutionen auch, kleine Institutional-Traders. Auf alle Fälle sind Institutional-Traders immer anders agiert als Retail-Trader. Und das muss man auch beim Bitcoin unterbedacht haben, meiner Meinung nach, weil das hier wäre so ein klassischer Stop nach unten gewesen. In diesem Bereich haben extrem viele verkauft. Es sind auch hier bestimmt extrem viele Stops gelegen. Und natürlich, wenn Stops gejagt werden und wenn Stops getriggert werden, entsteht Liquidität. Und wenn Liquidität entsteht, werden die Positionen gefüllt. Weil wenn man 50 Millionen Dollar kaufen will in Bitcoin, braucht man entsprechend Liquidität, um die Besonnen zu erfüllen. Und nach diesen Positionen suchen die Institutional-Traders. So, das ist ein kleiner Exkurs jetzt in diesem Bereich. Aber wir schauen uns jetzt den Daily-Chart noch an und dann switchen wir konkret auch direkt zu IOTA. Wir sind jetzt hier am Daily-Chart. Der Daily-Chart sieht sehr positiv aus. Konkret geht es um diese Registence-Line, die wir gebrochen haben und die jetzt hoffentlich als Support dienen wird. Wie gesagt, Zone 7700. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, ja, die Augen offen halten in dieser Zone. Diese Zone sollte gehalten werden, um weiteres Aufwärtsmomentum zu gewährleisten. Weiters gilt jetzt hier zu beachten, dass wir diese Support-Linie gebrochen haben in dem Bereich hier, wo wir diese Touches haben. Eins, zwei, drei. Und diese Support-Zone hier hat erstens mal hier als Resistance gedient. Ihr habt gesehen, wir haben eins, zwei, drei Tageskerzen, die eben versucht haben, über dieser Support-Zone zu schließen. Diese drei Tageskerzen wurden alle abverkauft, auch bei diesem Swing-High hier. Also wir hatten hier ein Low, hier das Swing-High von diesem Abwärts-Trend. Das heißt, das ist auch ein sehr signifikanter Bereich mit einzubrechnen. Von diesem Swing-Low haben wir in diesem Bereich sehr viel Support. Wenn der Support bricht, würde ich mich erst mal wieder auf ein Szenario Richtung 6k oder 8k einstellen. Und das sind jetzt momentan meine Targets. Was den Bitcoin betrifft, wie gesagt, Korrektur ist momentan am Start. Wir können uns auch noch die Fib-Levels anziehen. Und ja, wie gesagt, man muss sich immer die Wahrscheinlichkeiten anschauen. Man muss auch immer für sich evaluieren, was die nächsten Schritte sein können. Natürlich kann es auch jetzt sein, dass wir von hier aus direkt weiter marschieren. Da muss auch jeder für sich selber entscheiden, wäre das ein Setup für mich, wo ich jetzt einsteigen will, mit knappem Stop-Loss vielleicht unter der letzten Tageskerze. Kann man natürlich auch probieren. Für mich ist der Bereich nicht wie Kant und ich werde mich auch langfristig auf diesen Bereich konzentrieren. Jetzt switchen wir mal zu Yota und eben die Lage, die wir momentan bei den Altcoins haben. Wir haben konkret den Bitcoin-Run, der jetzt eben Ende des Monats gestartet ist. Und wir hatten zwar bei Yota hier diesen Spike Anfang des Monats, der wirklich sehr verheißungsvoll ausgeschaut hat, also auf 1,15 Dollar hoch, aber dann wirklich sehr, sehr stark abverkauft wurde. Wenn wir uns hier die prozentualen Rückgänge ansehen, waren das knapp 22 Prozent in sehr kurzer Zeit, also in knapp einer Woche, die Yota wieder liegen gelassen hat, während der Bitcoin eben gerannt ist. Normalerweise kennen es viele Leute immer noch so, wenn es Bitcoin gut geht, geht es allen Coins gut. Das heißt, in Bitcoin pumpen die Altcoins. Und umgekehrt ist es natürlich nicht immer so. Hatten wir letztes Jahr auch, dass wirklich Ethereum und alle anderen Coins erst weit nach Bitcoin gepumpt sind. Warum erwähne ich jetzt konkret Yota? Yota ist für mich so das Paradebeispiel für Altcoins im deutschsprachigen Bereich, weil eben sehr viele Leute die Preislevels wissen bei Yota. Die wissen, okay, 2 Dollar ist viel, 1 Dollar ist wenig und man kann bei Yota eben auch die meisten Leute ein wenig Relation bieten und eben auch den Anstoß geben, irgendwie mit diesen Coins sich auseinanderzusetzen, als wenn ich jetzt Kaderno nehme oder was auch immer. Deswegen Yota, es geht um Altcoins generell, bevor sich jetzt irgendwer von Yota angesprochen fühlt. So, was ich konkret bei Yota gemacht habe, war eben, was ich immer mache, wenn ich eine Chart neu eröffne, ich markiere mir alle Highs und Lows, wo ich ja eben Liquidität gesehen habe, wo ich viele Orders gesehen habe, wo ich gesehen habe, dass der Markt umkehrt und wo ich auch gesehen habe, dass der Markt Resistanz zeigt, also Resistanz. Das hatten wir hier, hier, ich meine, man sieht es eh ganz gut, hier, konkret hier, also die Linien waren alle schon vorher angelegt, bevor sich hier der Markt hier gestoßen hat. Und was ich dann bei Yota konkret gemacht habe, war der Kauf hier. Ich habe es auch auf Twitter gepostet, also ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen. Da poste ich solche Buy Zones immer. Ich schreibe auch immer dazu natürlich, ja, bitte Stop und so weiter, nicht vergessen und Stop drunter legen oder auch in meiner Gruppe, weil ich versuche, die Leute bei Swing Positionen zu helfen. Yota war ganz klar hier ein Buy und konkret, wie man das gemacht hat mit Price Action, schauen wir uns jetzt auch an. Der Einstiegspreis war hier bei 95 Cent, glaube ich. Also der ging auf 92 Cent, droht er bei 95 Cent, habe ich ihn dann gekauft. 92 Cent war hier. Warum? Wollt ihr nicht direkt den Bond kaufen oder warum solltet ihr eure Buy Orders nicht direkt auf den Boden legen? Der Grund ist ganz einfach. Wir haben beim Buy Order auf den Boden ziemlich viel Risiko beinhaltet, weil ihr müsst euch denken, eine Resistance Line ist nicht nur, eine Spotline, sorry, ist nicht nur positiv für Käufer, sondern auch positiv für Verkäufer. Warum? Viele Käufer, viele Verkäufer, sorry, viele Short Seller warten hier mit einem Market Order, weil sie sehen, okay, wenn diese Support Linie bricht, dann hätten wir ein Szenario, wo wir wirklich nochmal ordentlich was mit einer Short Position rausholen könnten. Das heißt, wenn eine Support Linie knapp unterboten wird, dann können da sehr viele Short oder auf einmal reingehen, was den Markt ziemlich schnell nach unten bewegen würde und was für ein tieferes Szenario sprechen würde. Das heißt, wir hätten hier nochmal einen 4%igen Fall gesehen, das wollen wir nicht. Deswegen immer warten, bis wir diesen Support bestätigen. der Support war für mich bestätigt, als wir über das High dieser Kennel geschlossen haben, das Kennel davor, die Kennel davor war bei 95 Cent, also hier konkret eingestiegen und dann ist ganz normal Price Action. Ich habe es euch hier dazu geschrieben, LH, Stiefel Lower High, HL für High and Low, LL für Lower Low und HH für High and High und nicht für irgendwas recht radikales. Wir hatten hier ein Lower Low bei IOTA und dann geht es eben ganz normal weiter, natürlich hier jetzt nicht so leicht zu sehen. Hier könnte man das als Swing High beurteilen, hier als Swing Low, Swing High und diese Zone ist dann bemerkenswert, sehr kritisch, weil das wäre der Bereich, wo jetzt der Stop wäre bei mir konkret, weil um einen Abtrend fortzusetzen, brauchen wir eine Serie von Higher Lows und eben auch Higher Highs. Wenn wir dieses Higher Low hier brechen, haben wir kein Higher Low mehr, dann haben wir ein Lower Low. Das heißt, wir werden wieder im Downtrend. Wir haben gerade hier geschafft, ein Higher High zu formen und wenn wir dann das Low wieder brechen, sind wir wieder in einem Downtrend, Test des Supports wäre dann sehr wahrscheinlich. Haben wir auf den Dollar genau gehalten, also das sind wirklich die Zonen, wo ihr Ausschau drauf halten solltet. Das sind die Pivot Points und das sind auch die Swing High, Swing Low Points, wo ja sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass wir von diesem Punkt wieder nach oben gehen. Das haben wir auch hier gesehen mit diesen ganzen Wicks nach unten, dass hier ziemlich viel Eindruck herrscht, eben den Markt von hier nach oben zu pushen. Was wir dann sehen, Weiterführung ist Uptrends, hier jetzt nochmal dieses Swing Low und hier ist das nächste Swing High und jetzt sehen wir der konkrete Zeitpunkt für ein Retracement und wir hoffen natürlich, dass wir ein Higher Low formen. Higher Low wäre dann zum Beispiel hier bei IOTA ziemlich gut in dem Bereich, ja hier vielleicht, wenn wir diese Support-Linie nochmal testen, im 0,5 Bereich, auch gut für den Einstieg. Was ich bei IOTA jetzt konkret targete, ist eben der Bereich 1,10 wäre ein sehr gutes Swing High Target und 1,15 wäre das maximale Swing High Target jetzt erstmal. Wir formen jetzt bei IOTA gerade wieder ein Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend muss bestätigt werden, indem wir jetzt wieder ein Lower High formen. Aber konkret die Lage bei Allcoins momentan sehr, sehr schwierig aufgrund der Bitcoin-Dominanz, des Bitcoin-ETF-Hypes. Es haben sehr viele Leute ihr Geld abgezogen aus den Allcoins, um eben in Bitcoin zu investieren und in diesen Bitcoin-ETF-Hype zu erwischen. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist, weil eben der Wechsel des Market-Caps, also es war klar zu sehen, dass jetzt nicht so viel neues Geld in den Markt kommt und den Bitcoin hochpusht und es waren wirklich sehr viele Leute dabei, die ihre Allcoins verkauft haben und diese Bitcoin-Welle mitzureiten. Das heißt, ich gehe schon davon aus, wenn wir jetzt diesen Hype beendet haben und wenn jetzt wieder normalisiert der Markt einkehrt, dass die Alts auch nachziehen und dementsprechend auch die Alts sehr gut aussehen. Langfristig, wir haben hier bei IOTA eine sehr, sehr gute Buy-Zone, also der wirklich absolute Low-Punkt bei IOTA wäre für mich bei 0,88, wo dann vielleicht nochmal ein Stop-Hunt ist, aber wie gesagt, für mich ist bei den Allcoins in diesem Bereich auch der Boden hin. Ich bin kein großer Fan von Allcoins generell, was ja langfristig das Ganze betrifft. Allcoins sind für mich wie Penny-Stocks. Ich schaue mir den Chart an, ich schaue an, wo Swing-Highs waren, Swing-Lows waren, wo ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Ich kaufe die Alt da, zu dem Punkt. Mir ist es komplett egal, was der Alcoin macht, was er für ein Team hat, was die IOTA generell gerade macht. Ich schaue auf den Chart und habe jetzt eben dadurch schon, keine Ahnung, 10% plus gemacht und so mache ich das auch bei anderen Allcoins. Langfristig gesehen kann ich Allcoins nicht beurteilen. Also habe bis heute noch keiner erklären können, wie man Allcoins fundamental beurteilen kann, ohne irgendwelche Bilanzen zu haben, sondern einfach nur darauf zu beurteilen, dass man wirklich hofft, dass es in der Zukunft mal funktionieren wird. Wie gesagt, Allcoins momentan für mich sehr interessant, vor allem XLP, mehrere Allcoins. Wir können gerne morgen nochmal eine Rundum-Analyse machen von mehreren Allcoins, damit ihr seht, wo die nächsten Swing-High-Punkte sein werden. Wie gesagt, IOTA war für mich der erste Buy jetzt hier in diesem Bereich und mein Stop bei IOTA wird unter diesem Higher High sein. Das heißt, ich gehe mit Plus raus, ja, konkret hier mal als Beispiel, damit ich auch mal wieder mehr Tutorials mache, damit ihr wirklich immer auf der sicheren Seite seid. Sobald ihr im Plus seid, immer den Stop-Loss nachziehen, immer ein Stück unter das Higher High oder auch unter das Higher Low, je nachdem, wie viel Risiko ihr haben wollt. Und ja, das reicht jetzt nochmal für dieses Update. Wie gesagt, IOTA scheint hier den Bohnen gefunden zu haben, rein von Price Action. Ich war heute an den Retests von der 1-Dollar-Linie. Wenn wir 1-Dollar halten, sieht das sehr positiv aus, wie ein Szenario Richtung 1,10$. Wenn wir 1-Dollar nicht halten, wäre ein Szenario Richtung 92 Cent wieder möglich und 92 Cent wäre dann die letzte Bastion vor 88 Cent. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technik für Krypto.